Ooooooh, Schein! Da seid ihr wieder dabei, ne? Das habe ich schwer gedacht! Ach ja! Ooooooh, Schein! Ooooooh, Schein! Das hat sich gerade hier oben angehört, wie in den Berg, in das Eschlo, da finden wir langsam alle umkann die Welle, aber ich komme ja gemütlich eigentlich aus Köln, dann ist er hier direkt um die Ecke, wir sind mit der Windfahrtzentrale hier angereist. Ist ein Applaus oder 5 oder 1, da ich euch! Wir spielen wieder 1. Liga! Die Frage ist nur, wie lange, das würden wir immer interessieren, aber 1. Liga spielen auf jeden Fall im Karneval und da habe ich mir gedacht, als Kölner, bringst du direkt in die Umgebung von Köln und nicht in Karnevalsstimmung. Wir nehmen uns mal links und rechts in den Arm, wir fangen an zu schunkeln, wie bei Karne Nebel, bei dem Karl Meuth und wie gesagt, ach ne, gibt es hier noch irgendeinen, der ist doch jetzt von uns gegangen, Florian Silbereisen, wir schunkeln, wenn ihr seid ein geiles Publikum und ich sage, für euch habe ich sie dabei, KAUS! Und wo ist das letzte Mal, dann gibt es euch eine Art L trump? Über den 500er Teil, und der?" Und was beim Übergang? Bei Ablaubs, was wir am Busch? Also beifнит das war ein Psychos, Skmmm?